Jo, b-b-b-b-batteries, was gut abhießt. Ah, Digga, die Sonne hat mich direkt ins Gesicht. Das machst du da. So, Leute, wir sind gerade auf dem Weg zum Dreh, und zwar für morgen. Wir laden morgen ein Musikvideo hoch. Das ist Body Jam, der heute die Kamera macht. Wie ein paar von euch mitbekommen haben, habe ich ja letztes gesagt, dass mein Merch ankommt am 15. Und heute ist der 15., oder? Yeah. Schaut jetzt, Leute. Es ist wirklich so weit. Ich verarsche euch jetzt nicht. Es ist wirklich so weit, dass jetzt der 15. ist. Wer ein wirklicher Batterie ist, okay? Geht's einfach auf den Link und guckt sich die Sachen an. Schreibt mir einfach, wie ihr die Sachen findet. Es gibt Mützen, es gibt Pullover, es gibt T-Shirts. Kaufst du dir auch was? Ich kaufe mir eine Unterhose. Digga, das war richtig unnustig. Das ist richtig unnustig, Digga. Im Laufe der Zeit wird sich auf jeden Fall der Merch, das Merch, der Merch? Ja, egal. Merch wird sich auf jeden Fall verändern. Da werden coole Sachen noch dazu kommen. Das heißt, es ist noch nicht das Endprodukt, aber ihr könnt jetzt halt schon bestellen. Und wenn ihr euch was geholt habt, Leute, dann lasst es mich irgendwie wissen. Macht ein Foto bei Instagram und verlinkt mich. Ich werde es auf jeden Fall liken und kommentieren. Ich finde es richtig krass, wenn sich jemand was holt, weil es einfach richtig nice ist, meine eigene Kollektion sozusagen zu tragen. Leute, irgendwie gefällt mir das extrem, so Vlogs zu machen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie fühlt es das voll geil an. Wenn ihr mehr Vlogs wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal und da könnte ich eigentlich die Vlogs bringen. Deswegen schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Link ist auch in der Beschreibung. Merch ist da, alles ist da. Es ist einfach unfassbar, oder? Er spielt da einfach ganz leid Pokémon Go da hinten. Diesmal, wenn wir rausgehen, nehmen wir die Kamera mit und labern ein bisschen. Schaut mal Border Jam nicht vorbei. Und ich würde sagen, ein Vogel ist da hinten. Und das war's von mir. Ich bin im Beat, yo. Ich bin im Beat, yo.